Ich brauch die Karre zu flippen. Ist mir schon klar. Ich hab's noch nicht mal hinbekommen, sie zu flippen, irgendwie. Alter, was? Boah, ich hab 10 nach 10 verloren. Nein! Oh Gott. Nein! Nein! Fürs eine heult. So eine scheiß Sandale. Alter, was habt ihr denn schon wieder gemacht, ey? Die haben irgendwas in die Luft...